Beginnen tun wir jetzt hier mal mit dem Jagdbogen. Ich versuche hier bei der Mauer immer dieses kleine Quadrat zu treffen. Und hier sehen wir auch schön die Reichweite. Und jetzt kommt der stärkste Bogen und man sieht, der trifft ja wirklich voll in Schwarze. Jetzt brauchen wir das Ganze nochmal mit Treffermarker und mit einer Vergrößerung, dass ihr das auch wirklich besser seht. So, wir sehen hier, der makellose Jagdbogen ist von der Reichweite her der schlechteste von der Reichweite. Und unser hykanischer Bogen der effizienteste. Hier eine kurze Damage-Tabelle. Ja, stoppt das Video, um euch das genau anzusehen. Hier ist eben angeführt, wie das Ganze mit dem Schaden der Pfeilen und der verschiedenen Bögen genau ausschaut. Jetzt haben wir noch eine Mili-Waffe und zwar dieses schöne Stück hier. Und das ist sie, die beste Nahkampf-Waffe. Und zwar ist es die, oder der antike Kopisch. Oder wie auch immer man das auch schimpfen mag, dieses Schwert. Man erkennt es einfach daran, dass es dieses Zykelzock-Geschwert ist. Ich glaube auch das einzige Zykelzock-Geschwert, was es gibt in diesem Spiel. Ja, was brauchen wir dazu? Level 31, dann eine Schmilde und man muss eben dieses Handwerksmeister-Dingens da können. Symbol da, Dingsbums da. Dann können wir diese Waffe herstellen. Ja, was machst du jetzt so besonders? Naja, zuerst sollten wir mal wissen, egal welche Schwert-Waffe wir hier jetzt in Betracht ziehen. Alle, und das finde ich sehr komisch, haben denselben Attack-Speed und das ist 1,6. Damit meine ich jetzt wirklich jede Waffe. Egal ob Schwert, ob Axt, ob Krummsäbel und hast du nicht gesehen, alle haben dieselbe Attack-Geschwindigkeit. Aber die DPS sind anders. Und da ist ein gewaltiger Sprung, nämlich dieser knackige Zicke-Zacke hat eine DPS von sage und schreibe 121,6. Ja, wir sehen das auch hier in der Tabelle. Jetzt fragst du euch sicher, ja, aber wenn doch die Attack-Speed immer dieselbe ist, wieso hat denn dieser dann einen anderen DPS-Wert? Ja, ganz einfach, weil sie einfach mit dem Player-Level und mit Stärke einfach anders skaliert. Deswegen kommen wir auf einen anderen DPS-Wert. Gut, ihr könnt euch hier diese Tabelle etwas genauer anschauen, wenn es euch interessiert. Das war es dann eigentlich auch schon, was es zu dieser Waffe zu sagen gibt. Laut Entwickler wird das Ganze noch Balanced, denn so macht das ja nicht wirklich Sinn, weil diese 31er-Waffe ist einfach stärker als eine Level 45er oder Level 50er-Waffe. Das kann ja so wohl nicht stimmen, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Aber bis dann irgendwann einmal ein Nicht-Performance-Patch. Balancing-Patch kommt. Empfehle ich euch eben, diese Nahkampf-Waffe kombiniert mit einem Schild meinetwegen, wenn ihr wollt, denn das ist eine Einhand-Waffe. Dann könnt ihr auch noch ein Schild dazu tragen. Und zwar empfehle ich euch dieses Dreiecks-Schild. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Wenn ihr absolutes Killer seid, dann empfehle ich euch sowieso den Bogen mit Schlangenpfeilen. Das sind die zwei besten Waffen im Spiel derzeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt ja nützliche Informationen daraus nehmen. Mich würde es freuen, wenn ich ein Däumchen und ein Abo bekommen würde. Und in diesem Sinne sage ich, bis zum nächsten Konan-Informations-Video. Hobe ich lieb. Fiat euch. Buh, wie ist das? Buh, wie ist das?